Wie sanft. Ich bin gerettet. Scheiße, da hinten. Wahrscheinlich ist der Kopf alleine unterwegs. Da ist eben noch ein Arm untergefallen. So fahren die Profis, Alter. Ich hab meinen Arsch verloren, nein. Hallo, Kinder, willkommen zu Thomas Mann. Ich hatte das Spiel schon fast vergessen. Wir müssen doch unbedingt noch alle Level schaffen. Guck doch mal, es gibt sogar irgendwie ein neues Auto oder sowas. Freeway. Sieht ultra einfach aus. Dismount, Motherfucker. Okay, okay, das wird... Oh, shit. Eine Million und vierhundert sieben Tausend. Da geht noch einiges. Alter, the Maximus. Guck, wie hat da vorne sitzt. I'm so cool, dude. Da mach ich unser Rampy. Wir schaffen es ja fast. Alter, das Auto hat es aber hart zerlegt. Das ist es, Leute. Das ist es jetzt. Guck, wie ich lache. Oh, ich glaube, das wird so nichts. Wir haben sie hochknäht. Komm, fast Topspeed. Das schafft er. Gas. Ja. Oh. Alter Verwalter. Kinder, drei Millionen haben wir jetzt gerobbt. Das wird's, das wird's, das wird's, das wird's, das wird's. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Oh, ist das Auto weggeflogen. Krass, wie das Auto eben weggefetzt ist. Ich glaube, genau dieses Fahrzeug ist es. Here we go. Ich will aber auf die zweite Bahn fliegen. Komm, kriegen wir das... Nee, kriegen wir nicht hin, oder? Doch, 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 doch. Ich bin gerettet. Oh, scheiße, da hinten. Oh, wer kommt... Da kommt einfach ein Auto geflogen. Leute, das ist es. Das ist es. Das ist the Morphous Lever. Gib Gas, komm. Kleine Rampe. Activated. Ja. Ja, 30 Trillionen. Komm schon. Oh, shit. Fünf Millionen. Machen wir weiter. Stormdrain. Wir behalten einfach mal unsere Karre. Und schauen, was wir hier so reißen können. Schwach. Sehr schwach. Oh, so ein Wastelander. Ja. Jo. Moment mal. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Ich kann es noch nicht fühlen. Jetzt kann ich es fühlen. Juhu. Oh. Bus. Warte. Naja, immerhin eine Million geschafft. Ich glaube, das Level ist nicht so ergiebig hier. Let's keep doing. Wow. Okay, das. Das ist es, worauf es ankommt im Leben. Also, ich denke, der Trick hierbei ist, dass man langsam runterfällt. Wer im Arsch wackelt. Oh. Zwei Millionen mit einem einzigen Schlag, weil der Bus auf uns draufgefallen ist. Fünf Millionen. Wir haben jetzt direkt fünf Millionen freigeschaltet. Aber der Bus ist nicht weit gekommen, ne? Irgendwie haben wir eben noch einen Knochenbohrer erhalten, gerade eben schon wieder. Ich weiß nicht, wie. Also, wahrscheinlich ist der Kopf alleine unterwegs. Da ist eben noch ein Arm runtergefallen. Ich glaube, das hier. Das hier könnte es werden. Wir sollten nicht hier über die Mitte fahren. Wir müssten mal selbst steuern. Oh. Er. Er stand noch kurz drauf. Gut, gut, gut. Okay, weiter, weiter. Du musst weiterfalle. Du Bobo. Guck mal, wie er da liegt. Oh, shit. Die Einlaufposition. So, wir lenken jetzt selbst. Bis nicht. Na, 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 na. Wow. Ich will hier an die Kante fahren. Aber so gegen die Kante knallen. Ja. Das war ja wohl überhaupt nichts. Möglicherweise haben wir hiermit dann doch noch einiges zu reißen. Beste Runde ever. Okay, okay. Nein, 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 nein. Oh, shit. Wo fallen wir denn jetzt runter? Oh, no. Okay. Ich spekuliere hier wieder auf... Hey, Barry. Ich spekuliere darauf, dass er auf uns drauf fällt. Oh. Okay. Aber warte. Ich hab da... Ja. Wir sind wieder bei unserem Auto. Aber das war nix. Alles klar, ich bin dafür, dass wir fliegen. Chip, chip. Komm schon. Wie sanft. Wie sanft. Wie sanft. Oh mein Gott, Leute. Das wird sowas von krass. Woo. Oh oh. Äh. Oh. Er ist schon hart aufgekommen. Scheiß drauf. Skaramanga. Skarabeos. Stare this mount. Sweet justice. Here we go. Woohoo. Oh. Es ist einfach komplett auseinandergefetzt. Direkt... Eine Million. Zack. Schafft, Junge. Bist du gut. Nicht so lang an so langweiligen Leveln aufhalten. Roundabout. Oh, mit Rampe. Das heißt, wir können auch mal easy übers Ziel hinausschießen. Schauen wir mal, was hier passiert. Ist doch knapp. Öh. Was war denn das am Schluss? Er sitzt sogar noch... Wow, 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 wow. Werden sind ja gerade weggeflogen. Komm, komm, komm. Schleiß, schleiß, schleiß. Ah. Oh, das war knapp. Voll das Sandwich gerade eben. Krass. Ja, nice. Über eine Million ist geschafft, Leute. Ziel ist abgehakt. Nichtsdestotrotz reizt mich das hier noch. Äh. Wow. Wie sagenhaft. Oh mein Gott. Meine Klöten sind... Ah, shit. Die sind weg. Loop de loop. Wow. Das... Das ist... Die muss man einfach meistern. Gucken wir mal. Ja, halt dich gut fest, Alter. Das war ja wohl nix. Haha, guck mal, wie hat der Hock mit seinem Arsch? Die Arsch sind ja wie bei Totally Accurate Battle Stimulator. Oh. Fuck. Möglicherweise brauchen wir diese Pose, um auch wirklich erwischt zu werden. Guck mal, wie er sich festhält. Darf. Ja? Ja? Öh. Krass, wie wir jetzt einfach durchkommen. Oh, shit. Oh. Oh. Aber nur 400.000, nein. Das sehe ich nicht ein. Oh, guck mal, den sind wir noch gar nicht gefahren hier. Ranger. Wuhu. Jawohl. Oh, fuck. Und schon beide, nein. Ach du Scheiße. 1,5 Millionen. Das ist es, oder? Also so Interesse halber. Wir versuchen mal außen lang zu fahren. Oh, der Kopf ist da eben drin gerade abgefallen. Komm, er steckt fest. So fahren die Profis, Alter. Miei. Miei. Bam. Hey, ihr Süßen. Äh. Ja, das könnte vielleicht... Schade. Doch. Ha. Ein neuer Rekord. Nur ist aber gut mit dem Level. Eins machen wir noch. Ich muss mich echt beeilen. Es ist jetzt gleich 15 Uhr. Und das Video ist für heute für 17 Uhr. Ich muss noch schneiden und hochladen. Und ach du Scheiße, was noch, was ich noch alles machen muss. Kacke muss ich auch noch. Like a glove. Okay, ich glaube... Ich glaube, das wird schwierig, hier eine Million zu placken. I came in like a... Ach komm. Trefft doch jetzt noch ein Auto, Mann. Jetzt lenke ich nämlich selber, ihr Schweine. Bisschen darüber. Und hier lang. Komm schon. Im Kreis, Alter. Du sollst fahren. Was machst du? Aber wir geben uns mit 500.000 noch nicht ganz zufrieden. Ich glaube, da geht echt noch was. Wenn wir hier so ein bisschen das Ding ins Schwingen bringen. Das Hypnose-Pendel. Das Ding ist ja total grob, ne? Wie das einfach die Autos wegschießt. Oh, was war das? Ja! Wir haben eine Million geschafft. Scheiße, da unten. Voll die Klöten verquetscht. Drum ein Level machen wir noch. Jetzt will ich aber doch mal das nächste Level sehen hier. Lane Merger. Wir müssen also hier auffahren. Ähm, hallo, du müsstest jetzt auffahren. Oh, wir haben fast unsere Fracht verloren. Okay, wir sind hinten geblieben. Wir haben eine Million schon geschafft. Wir haben den X-Wing voll vergessen. Also, das ist natürlich ein Auffahr-Biest. Oh. Oh! Wir sind davonfliegen. Wie habt ihr mal? Zwei Millionen. Am Schluss zeige ich euch jetzt hier noch kurz, wie ich jeden Morgen zur Vorlesung fahre. Das macht halt so Spaß, ne? Auf der Vorlesung. Da gehe ich schlaufen. Oh, oh. Alter, das war ja gar nichts. Wir spielen hier mal noch eine Runde aus der First-Person-Kamera. Wir fahren übrigens auf dem Skateboard. Denkt morgen an den Livestream. 19.30 Uhr geht's los. Es wird nur CSGO gespielt. Für LoL mache ich einen eigenen Live-Stream. Ist das gar nicht mal übel? Wenn man die freie Kamera schaltet und ein LKW gerade eine Battle-Roll macht, dann hat's funktioniert. Schaut mal, hier war noch alles gut. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Wir sind genau hier. Ganz schmerzhaft an die Kante gefahren. Guck mal, es hat am Fußweg getan, am Bein, am Arsch. Und dann kam halt noch der Bus, ne? Als würde er springen. Und dieses lachende Gesicht jedes Mal. Oh. Ich hab meinen Arsch verloren. Nein. Guckt euch das an. Warum fliegt denn das Auto? Und passt mal auf, gleich kommt der LKW angeflogen. Ich will sehen, warum er... Er hebt einfach so im Spaß ab. Oh. Oh, das Replay haben wir noch gar nicht genutzt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Guck mal, der Coole hier. Hallo. Boom. Ich suche gerade unseren Körper. Hier ist... Ich glaube, das ist ein Stück... Ein Bein. Hier haben wir den Kopf. Eine Sache hab ich noch gesehen. Schaut mal, schaut mal. Warum? Warum baut dieses Teil gleich so einen krassen Unfall? Und vor allem wie? Dass es fliegt. Das Ding fliegt gleich. Hä? Einfach von 0 auf 100 fängt das Ding an abzuheben. Und wie arg. Wuhuuu. Also dann, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schaut, wie gesagt, morgen im Livestream vorbei. 19.30 Uhr geht es los. Und dann werden wir wieder zusammen ordentlich Counter stricken. Man kann ein GIF aufnehmen. Nee. Hallo, bis dann. Bis dann.